Vorrücken, Männer! Vorrücken! Go, go, go! L1, um Granate zu werfen. Klopfen wir ein bisschen hier runter. Okay. Evakuierungsbefehl 77 ist aktiv. Das ist keine Übung. Alle Zivilisten melden sich sofort in den jeweiligen Evakuierungsbereichen. Mhm. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall bis jetzt. Ich kann... Okay. Oh, ne, die Waffe. Oh, ne, die Waffe. Die Studie da. Ich würde das schon... Oh, ne. No. No. Nice, nice, ey. Das Spiel macht mir jetzt schon Bock. das muss ihr kommandoschiff sein alter alter what the fuck ein bisschen groß nice no 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 nice nice na komm wo seid ihr denn das war doch nicht alles sie greifen nicht nur die stadt an schau dir den reisenden an meine schöne stadt wurde zerstört wurde einfach angegriffen ich glaube es ja nicht so so nice Das ist eine Kiste. Kann man die öffnen? Okay, nein. LOL! Shit. Na, wie komme ich denn da nach... ...und es noch da auf jeden Fall. Hello, hello, come here, help me. Alter, aber Zavala, Sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Der Reisende, was ist dieses Teil, das Sie an ihm befestigt haben? Alles klar. Hallo, hallo, hallo. Nein, der in die Hände böse kostet. Über die Hände är elegant. Sie itinerary im northeast. Man, 4 REISende, yah? Wie entspricht das? Ja, 3 REISende, man? Wirramos noch weiter. Stunden haben sie gut über 6 점CHctica… Wir recruited anderen Hände der Hände mark��わ fig Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Angriff! Nutze meinen Schild! Oh, Mama mia! Sie dürfen das Tor nicht erreichen! Die Shuttles sind da drüben! Und das stürzt ja schon zum ersten Mal. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. So, wie wechsle ich jetzt nochmal die Waffe? Nee. Ah, drei. Halte die Linie, Männer! Boah, ist das ein epischer Kampf hier gerade. Junge, junge, junge. Dann. Junge! Untertitelung kommt ja auch. развwor, gut! Zavala, das letzte Shuttle ist weg, aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Er wohnt halt. Ich, hallo. Da hinten. Go, go, go. Ich glaube, ich werde hier rein. Ich mache das jetzt sehr gut. Okay. Der Sprecher ist weg. Rotling, Jungs. Ihr werdet niemandem erscheinen. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Zavala. Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begebt dich zum Nordturm. Amanda Holliday wird dich abholen. Wie ist die Sprecher haben? Ja. Tschüss. Begebt dich. Audrey Sie hat euch noch einfach von der Bühne. Sie werden ihn ver choice. Die Sprecherse ist transc별se. Wo ist dein CAM fühlen? Sie werden die Bühne. Sie werden lösen. Sie werden in diesem forge. ah ja ja holiday ist im anflug, wir müssen das schiff vom feld kriegen nein Mist, aber zumindest ist er auch gestorben ja Soll ich dich mitnehmen? Ja, wäre echt geil. Soll ich wohl sagen, ab hier pausieren wir auch die Aufnahme und wir sehen uns dann in der zweiten Aufnahme, im zweiten Teil. Destiny, erster Eindruck, macht eigentlich viel, viel Bock, der zweite Teil bis jetzt. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Und dann nimm was. Okay, Hüter, geben wir ihn eins auf die Nuss. Und das seht ihr in der nächsten Folge von Destiny. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschönen guten Abend. Der Tagesordnungspunkt ist auf der nächsten Folge von track. Das war dann. Wiebaglin? Ach ich mal.